Wir stellen vor MyoGuide, das Handgerät zur Führung bei der Nadel-Elektromyographie von Intronics Technologies. Wert, Innovation, Performance, MyoGuide. Dieses kurze Video zeigt die Funktionalität von MyoGuide und wie einfach es ist, schnelle exakte Resultate zu erzielen. MyoGuide ist ein Handgerät, das Klinikern hilft, Injektionen durchzuführen, bei Schmerzen im Bewegungsapparat, spastischen Lähmungen und Fibromyalgie. MyoGuide kann ein wertvolles Hilfsmittel für eine Reihe von Spezialgebieten sein, denn es erlaubt Klinikern, die optimalen Injektionsstellen für eine Vielzahl von Arzneimitteln zu lokalisieren, inklusive Botulinumtoxin und Lokal-Anästhetika. Anwendungsbereiche sind auch die Führung bei kosmetischen Injektionen und Dry-Needling. EMG-Führung und Stimulationsortung kann genutzt werden, um die Behandlungswirksamkeit zu verbessern. Dieses praktische und strapazierfähige Handgerät umfasst einen hochpräzisen EMG-Verstärker, eine große EMG-Anzeige, Hi-Fi-EMG-Ton und einen Hochleistungsstimulator. Die grüne Referenzelektrode und die rote Plus-Elektrode sind mit Oberflächenelektroden verbunden, die sich in unmittelbarer Nähe des zuordnenden Muskels befinden. Das gewährleistet das beste EMG-Signal. Eine hypodermische Nadelelektrode ist mit dem schwarzen, berührungssicheren Stecker verbunden. MyoGuide kann jetzt verwendet werden, um eine Echtzeit-EMG-Analyse der Signale an der Nadelspitze zu erhalten. Die MyoGuide Bedienoberfläche zeichnet sich durch ein komfortables und intuitives Design aus und kann mit dem roten Knopf ein- und ausgeschaltet werden. Das Startbild zeigt den Namen MyoGuide, die Seriennummer des Gerätes links unten und die Firmware-Version rechts unten. Einmal initialisiert geht MyoGuide automatisch in die EMG-Anzeige über. Hier sehen wir die EMG-Wellenform, das integrierte Balkendiagramm und den numerischen RMS-Wert, den EMG-Audio-Level oder die Lautstärke, die Anzeige der EMG-Schwingungsweite oder vertikale Skalierung, die Anzeige Geschwindigkeit oder horizontale Zeitablenkung und der Nudge-Filter, entweder ein- oder ausgeschalten. Die Laufzeit der Hintergrundbeleuchtung und der Batteriezustand werden hier genauso angezeigt wie im Stimulationsmodus. Wenn diese Einstellungen einmal eingegeben wurden, werden sie beibehalten. Der EMG-Ton kann stumm geschaltet werden, indem man die linke und rechte Pfeiltaste gleichzeitig drückt und wieder aufgenommen, indem man eine beliebige Taste drückt. Somit ist MyoGuide betriebsbereit und stumm zwischen den Behandlungen. Zum Stimulationsortungseinsatz kann das Gerät in den Stimulationsmodus gewechselt werden, indem man die Mode-Taste zwei Sekunden lang drückt. Hier kann der Kliniker sehen, wie viele Milliampere an Stromstärke der MyoGuide produziert, die Stimulationsfrequenz in Hertz und die Pulsweite in Mikrosekunden. Der Strom zur Stimulation startet immer automatisch bei 0 Milliampere und kann dann angepasst werden. Das gelbe Stimulationslicht leuchtet auf, wenn die Stimulation aktiv ist. Die Stimulation kann bei der ausgewählten Stromstärke angehalten werden, indem man die linke und rechte Pfeiltaste drückt. Dies ist auch auf dem Display zu sehen und das gelbe Licht ist aus. Drücken Sie einfach irgendeinen Knopf, um mit der Stimulation auf dem angezeigten Level fortzufahren. Das ist nützlich, wenn man während der Behandlung die Nadel umpositioniert. Einfach und effektiv. MyoGuide wird Ihnen helfen, die Behandlungswirksamkeit zu verbessern, indem es die Injektionsgenauigkeit erhöht. Wert, Innovation, Performance, MyoGuide Besuchen Sie www.intronicstech.com für nähere Informationen.